Herzlich Willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest und wir sind in den Elendsruinen stehen geblieben im letzten Part, der mittlerweile wieder ein wenig her ist und alter, ich wollte ja eigentlich schon vor drei Tagen aufnehmen, da ging das dann aber immer nicht. Jetzt bin ich extrem müde, ich glaube ich lege mich nach dieser Aufnahme auch echt schlafen, das ist so, alle Leute, Alter, ich bin ein kleines müdes André gerade, das ist echt verrückt, deswegen glaube ich kann das in eine sehr chaotische Aufnahme werden und so, wir waren in den Elendsruinen wie gesagt und ich denke mal wir müssen hier nach links, so, was haben wir denn da? Die Gumon waren erfinderische Handwerker, vor ihnen lag eigentlich eine leuchtende Zukunft, zu der es aber nie kam. Sieh dir dieses Lichtgefäß an, sie waren in der Lage das Licht des Geisterbaumes darin aufzubewahren. Okay. So. Nehmen wir das doch mal auf. Okay. Ja, meine Freundin meinte schon, dass, ähm, ich hier irgendwie ein Ding kriege und ich denke mal, da meinte sie das Ding hier, so ein Leuchteding, was mir das benutzt, das Lichtgefäß um die Gummonstruktur zu aktivieren und zu überqueren und den Schaden zu nehmen. Ah, so, das heißt, ah, haha, das sind ja diese, ich nenne die jetzt mal Feuerdinger, ja, wenn ich das jetzt mal wieder fallen lasse, dann seht ihr, dann ist es so rot und, ich sag mal, so, so feurig, so, so laberig. Aber wenn ich das da hier aufnehme, dann bin ich safe, oh wow. Ah, okay. Gravität spielt dann auch keine Rolle, heilige Scheiße, das ist aber, ui, da muss ich André erstmal dran gewöhnen, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, heilige Scheiße. Kann ich jetzt auch, oh, ich muss weiterhin nach links drücken, das ist, alter, oh Gott. Das wird, das wird was, ey. Und da unten ist jetzt so ein Kack-Ding, muss ich das mal fallen. Wie geht das, wie geht das Teil gerade um mich mit? Ah, okay, das heißt, okay, das heißt, es kommt mit der Apropos Freundin, äh, die hat mir auch, übrigens, das ist im letzten Part, das, ähm, Fanart, äh, Fanart, das ihr da gesehen habt, das hat sie gezeichnet. Da auch nochmal ein riesiges, großes Aua. Ich bin jetzt gerade irgendwo gestorben, das ist das, ich weiß selbst nicht warum. Äh, aber auf jeden Fall nochmal ein ganz großes Dankeschön, weil, ich, ich mag das Bild halt echt sehr. Äh, ja, das, das wissen wir jetzt bereits. So, und, äh, ich hab ja schon mal gesagt, dass, äh, gerade solche Bilder passen zu Projekten, finde ich aber, finde ich immer sehr toll. So, und jetzt, jetzt machen wir das Ganze aber richtig. Ich mach hier auch nochmal einen Checkpoint. Jetzt machen wir das richtig, ohne Schaden zu bekommen. So, sehr gut. Sehr gut, damit, damit hätten wir das. Auch weil ich es mich immer ein bisschen verwirrt, dass das Teil mit mir mitfliegt. Ich bin jetzt nämlich von dem, ähm, Teil, was wir im, äh, Nebelforst, was wir da, eingesammelt haben, bin ich das jetzt irgendwie gewohnt, dass, ähm, ja, dass es nicht mit uns mitfliegt. Aber naja. Oh Gott, das ist echt, ähm, gewöhnungsbedürftig. Einfach zu verstehen, wie immer, aber, echt, äh, gewöhnungsbedürftig. So. Ah, büpp, büpp, büpp. Oh Gott, ich müsste das einfach fallen lassen, ne? Achso, und ich lebe noch. Ich dachte, ich wäre jetzt sofort gestorben. Ähm, hüp, und direkt weiter. Und dann können wir auch direkt hier drauf. Ja, guckt euch an. Können wir jetzt eigentlich auch hier oben in der Luft, ne? Nee, das geht nicht, okay. Ah, lass mich mal in Ruhe, ey. Soll ich mich jetzt da unten fallen lassen, um Checkpoint zu machen? Ist es das wert? Ich weiß es nicht. Aber ich kann die, glaube ich, ja, ich kann die hier ganz easy angreifen. Das ist dann eigentlich auch gar nicht so schlimm, weil die können mich nicht treffen. Mit dem Scheiß-Projekt hier, ne? Was sagst du eigentlich? Immer noch die schlimmsten Gegner. Wir haben immer noch drei Kartensteinfragmente. Warte. Da oben links. Seht ihr das? Das ist echt... Alter. Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen Kartensteine finden. Wir müssen Kartensteine finden. So. Aue. Was zum Teufel? Lass ich das Teil jetzt aber fallen? Jo. Lass ich das mal fallen und ich fall hinterher. Ich seh mal, wird da nicht so richtig so... ...was abgeht. Ah. Aber jetzt kann ich hier mal ein Checkpoint machen. Und dann... Kann ich hier... Ne, das geht nicht. Okay, gut. Gut. Musste ich eben kurz gucken. Ich gehe nochmal kurz sterben. Ähm. Ich dachte nur, ich kann hier auch diese... Wie heißt das? Ähm. Diese... Naja, Projektil... Ich schieße mich nach vorne Fähigkeit. Dachte ich, kann man nutzen. Aber ne, das geht nicht. Oh Gott, jetzt bin ich da voll reingejumpt. Ähm. Wie machen wir denn das? Töte ich das Teil zuerst? Oder versuche ich mich hier einfach durchzumogeln? Ja, ich glaube, das durchmogeln wird nicht so einfach. Es ist halt schon so, dass das Isaac Phänomen... Ich bin echt sehr schlecht im Deutschen von... 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 Geschossenen... 2D-Spielen. Also... Weiß ich nicht wieso, aber... Gerade in 2D-Spielen ist es ganz doof, meiner Meinung nach. Okay, ich lasse das Teil mal fallen und dann versuchen wir das Teil erstmal so zu töten. Aber ich kann mich ja wahrscheinlich auch einfach mit... Ja, ich kann mich ja wahrscheinlich auch einfach mit dem Teil da... Einfach... Rüberschießen. Ach, guck an! Und direkt nochmal was gefunden. Ähm... Ja, ich schieße das nochmal zurück. Und... So, das verlief doch ganz gut. Ähm... So... Jetzt müssen wir mal gucken... Da oben ist ein Schlüsselstein. Wie kommen wir denn da hin? So. Achso, achso, ja, ja, ja. Dann nehme ich dich mal auf. Oh Gott, das kann ja was werden, ey. Weil das Mufend halt echt... Sehr träge ist, wenn wir das Teil hier tragen. Deswegen, äh... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, es kann ja was werden, aber... Ich muss, ähm... Oh Gott. Sehr gut gesprungen auf jeden Fall. Das meine ich. Mit, äh... Wenn wir das Teil tragen, ist das Movement ein bisschen... Träger. Ach, guck euch mal an hier. Ist ja voll... Physikalisch korrekt, sofern ein Stein fliegen könnte. Ähm... Lassen wir das da mal fallen. Und... Dann versuchen wir jetzt... Und... Komme ich da ran, Ido? Schieß nochmal. Nein. Oh, ich hatte mir gehofft, dass das funktioniert. Das wäre halt wirklich so einfach... Und... So einfach. Einfach, so einfach. Na gut, lassen wir diesen Schlüsselstein da jetzt erstmal liegen. Oh Gott. Oh Gott, dann ist das sogar noch funktioniert. Ach, ne, das aber nicht. Ähm... Stirbel, 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 danke. So. Was jetzt, frage ich mich. Können wir uns einfach fallen lassen? Das Problem ist, dorthin ist halt eben auch noch ein Kartenstein da rechts von uns. Und... Pfff... Das Problem ist ja... Wenn ich... Ich kann's ja nicht in der Luft wieder aufsammeln. Also wenn ich jetzt jumpe, dann lande ich da oben in den Spikes. Oder ich werde auf einmal von dem Ding da angezogen. Sag ich, ich mach's einfach mal. Ne. Lass los, Ori, lass los. Hm, dann lasse ich die Kartensteine erstmal noch alle da, so wie sie sind. Und dann gehe ich mal hier lang. Ähm... Aber bringen tut mir das nichts, weil ich das halt... Ja... Ich kann halt, äh, so auch die Dinger nicht nehmen. Also bringt mir das noch rein gar nichts. Ich sag euch, Leute, ich bin echt zu müde hierfür. Das ist unfassbar. Das ist... Alter, ich krieg hier echt nichts auf die Reihe. Das ist so... Äh, einen Dungeon, einen Ori zu spielen, wenn man müde ist. Das ist einfach keine gute Idee. Ich... Oh, nee. Hahaha. Ähm... Ich werde wahrscheinlich sehr viel hier rausschneiden müssen, weil ich hier so viel am Failen bin. Das ist unfassbar. Das ist echt unfassbar. So, ich muss jetzt springen. So. Was jetzt ist die Frage? Jetzt kann ich... Das Problem ist, ich werde jetzt wahrscheinlich weiterhin nach rechts gezogen, ne? Oder werde ich jetzt hier... Nee, okay, gut. Ähm... Ja, aber was bringt mir das jetzt überhaupt? Ich mein, das bringt mir halt leider rein gar nichts. Ja, ich... Ich merke schon, André ist ja auch nur ein großer Idiot. Hahaha. Oh Mann, das ist doch so einfach. Oh Gott. So, Kartenstein Nummer 1. Händen wir damit. Jetzt holen wir uns den zweiten Kartenstein. Und ich sag euch, Leute. Alter. Nie wieder. Ich nehme Ori nie wieder auf. Denn André nicht genügend geschlafen hat. Das ist echt... Alter. Das ist ja... Der größte Fehler, den ich jemals gemacht habe. Oh, Leute. So, jetzt müssen wir uns wieder... Dort oben. ...hin vergnügen. Ähm... Ja, ich... Ich speichere nur noch einmal. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ich sag euch, ey. Das ist echt... Ich glaube, ich gehe jetzt noch mal runter. Ein Checkpoint speichern. Obwohl, da oben ist natürlich auch direkt wieder ein blaues Ding. Egal. Ich speichere das jetzt lieber, ey. Ohne die Zor-Scheiße, wie ich gerade spiele. Es ist einfach nur sicher. Es ist echt einfach nur sicher. Oh Mann. Ich glaube auch echt, dass hier wird mit die Ori-Folge, in der ich echt am wenigsten rede. Also, Alter. Ich glaube, so viele Cutting-Punkte gab es noch nie in einer Ori-Folge. Das ist so... Ich rede nicht, weil ich mich erstmal so ultra konzentriere und ich erstmal so übelst überlege, wie kommen wir hier jetzt weiter. Oh Mann. Das ist so... Ich sag mal... Dumm. Oh Gott. Lass bloß diesen blöden Stein fallen. Alter, so. Wir haben immerhin einen Karten-Karten-Stein gefunden. Das ist... Das ist schon mal etwas. Sehr gut. Ähm... Ja gut, damit hätten wir schon mal das. Das ist... Alter. Ähm, wie kommen wir jetzt dort links hin? Ich möchte sehr gerne einen Checkpoint machen. Am besten bevor ich sterbe. Ha. Ich probiere das jetzt einfach mal so. Und es funktioniert auch gut. Gut, gut, gut. Ähm, dann mache ich ruhig direkt hier einen, ähm... Checkpoint. Das ist mir so relativ real. Hauptsache, ich habe irgendwo gespeichert. Gucken wir mal mal kurz auf die Map. Äh, nach rechts kommt so ein komisches... Nach rechts vor allem. Also rechts kommt irgendwie so ein komisches, äh, Tor-Ding. Also gehen wir erst mal nach links. So. Und dann kann ich auch direkt speichern. Oh, das ist ja... Wunderbärchen, ey. Ohne Witz. Also ungeschnitten sind wir jetzt bei 27 Minuten. Geschnitten wahrscheinlich irgendwie bei drei Minuten. Oh Gott, Leute. Und da laufe ich erst mal direkt, äh, in dieses Scheißteil rein. Ah, Mann. Mann, 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 Mann. Das hier ist echt eine Desasterfolge. Aber naja, ich hatte eigentlich echt Spaß mal wieder... Also ich hatte echt Lust mal wieder Ori aufzunehmen. Und innerhalb der ersten fünf Minuten habe ich es einfach wieder bereut. Weil ich ein klein wenig gefrustet bin, dass es so scheiße läuft. Ich glaube, ich brauche das Teil hier gar nicht, oder? Das behindert mich ja nur in meinen Bewegungen. Oh Gott, aber... Er hat fünf Damage gemacht. Willst du mich eigentlich? Alter, mach die Gegner halt noch stärker, okay? Wofür brauchen wir denn überhaupt die... HP-Upgrades? So... Ähm... So... Aber hey, ich mag die Gegner immer noch nicht. Und ich glaube, ich werde sie niemals mögen. Auch wenn ich denn das nachher privat durchspiele das Game. Also nach... Nach dem Projekt. Wenn ich das für mich 100% durchspiele, denn ich glaube, selbst dann würde ich die immer noch nicht mögen. Das ist echt so... Oh, Mann. Oh, Mann. Es wird dunkel. Äh, wieso wird es denn jetzt dunkel? Oder einfach nur dunkler, sagen wir es mal so. So. Oh, nee, Leute, ey. Was ist denn das hier jetzt schon wieder? Hüpp. Okay. Das hatte man schon mal funktioniert. Oh, jetzt heißt es hier wieder Timing, Alter. Ich wette mit euch, ich verkackte es sowas von. So. Ja, okay. Oder ich bleib einfach irgendwo hängen. Und spreche mir dabei das Genick. So. Leider weiß ich von hier aus nicht genau, wo da das nächste Ding ist. Also muss ich einfach mal auf... Okay, ich nutze lieber die andere Seite zum Springen. Denn man kann hier ja nicht solche kleinen... Obwohl, doch kann man. Okay. Dann weiß ich nicht, warum ich gerade keinen kleinen Jump gemacht habe. So, und jetzt müssen wir das Teil da irgendwie besiegen. Das mit einem Angriff einfach mal so 5 Damage macht. Das ist schon sehr geil. Aber... Ich schieße halt einfach da rum. Das ist vollkommen in Ordnung, mein Lieber. Das ist vollkommen in Ordnung. Das kannst du ruhig machen. Das ist... Das ist... Das ist gerade echt so ein Moment, wo ich das Spiel einfach rausmachen möchte. Und weinen gehen möchte, ja. Das ist einfach, Alter. Das frustriert mich wahrscheinlich gerade mehr als Dark Souls, ja. So, weil in Dark Souls bin ich das Sterben gewöhnt. Und hier nicht. Also, da sterbe ich zwar auch oft hier, aber... Aber... Weißt du, äh... Dann ist es so, ja, okay, kann nicht mit leben, wenn ich gestorben bin. Ich bin einfach fritz. Gerade zum Beispiel, das ist aber nur Dummheit, ey. Aber nur Scheiße von den Gegnern. So, machen wir einen neuen Checkpoint. Genug aufgeregt, ey. André regt sich nicht auf. Oh, Mann. Leute, helft mir doch. So. Allerdings, dange, dange, dange. Nicht allerdings, sondern machen wir gerade allerdings gesagt. Ich bin so durch. Ich bin einfach so durch. So. Ähm. Jetzt das Ganze nochmal. Ich mach mal einen Sprung von hier oben. So. Hopp. So. Und jetzt. Und jetzt. So, wie greife ich dich am besten an? Wahrscheinlich wird er gleich wieder um Bogen herum schießen. Also muss ich lieber einmal komplett rumgehen. Das ist sicher. Ist sicher. Dauert sind so weiter alles viel zu lang, meiner Meinung nach. Aber egal. Jetzt ist er tot. Und ich. Ich. Ich kann hier erstmal einen neuen Checkpoint machen. Einen neuen Checkpoint bitte. Jetzt habe ich eine Stichflamme gemacht und kein Checkpoint. Ich bin echt. Ein kleiner Idiot. Äh. Und ich glaube, wir müssen hier durchspringen. Dann machen wir das doch mal. Hepp. Ah. Ah. Badabadabadab. Oh Gott. Ja doch. Ging. Alter. Watt. Ach so. Das ist so ein. Ich drehe mich um Kreislaser oder was. Ja gut. Geil auf jeden Fall. Lass ich erstmal das Teil. Ist. Ist das eigentlich dein scheiß Ernst, Alter? Das. Ah. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir. Vielleicht sogar bis zum Ende der Elendsruinen kommen in diesem Part. Aber nein. 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 Das. Das werden wir nicht. Das werden wir eindeutig nicht. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Heilige Scheiße. Kann ich. Wieso kann ich hier jetzt gerade kein Checkpoint machen, Leute? Das ist doch. Ich will ein Checkpoint machen. Lasst mich doch meinen Checkpoint machen. So. Gefährlich, gefährlich hier. Aber da haben wir ein kleines Fenster, wo wir das machen können. Demnischen wir das nur nutzen. Und. Oh nein. Ich hatte natürlich den, aber auch, ne? Alter Schwede. Ich weiß echt nicht, wie lang dieser Part wird. Deswegen höre ich hier jetzt auf. Ich habe mehr als genug. Ich bin sehr müde. Ich lege mich gleich schlafen. Oh Gott. Das war eine Desasterfolge, Leute. Aber dennoch hatte ich ein bisschen Spaß. Immerhin. Immerhin hatte ich ein bisschen Spaß. Alter. Aber es tut mir ein bisschen leid, ja? Das nächste Mal sorge ich lieber dafür, dass ich wirklich komplett wach bin. Das kann ich euch ja nicht antun hier. Das ist eine reinste Facepoint-Folge, ey. Naja. Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Eine schöne Nacht für mich jetzt. Und, ähm, ja. Denn, äh, ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann, wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Däumchen freuen. Und dann sieht man sich bei einem anderen Video. Haut rein. Und macht's gut. Tschüss.